oder ist einer er ist uns vor Ort haben getötet zum Opfer Alter wie viel Goldsachen hatte bitte das sind nicht mehr normal ist er zu der Samen ich hätte mehr als Melonenblock nee ich meine okay ja das ist das in den Lohnensamen und ich glaube bei ihm hat es auch gepackt da plötzlich nicht geschlagen also nicht er hat so dumm wir einigen uns darauf dass er zu tun das ist selbst offen wenn man nicht zu schlägt ja du hast schon recht um und jetzt gefasst warum ist es nicht warum ist es bitte hier hält und in welchen Stellen hier auf der Map ist es hell obwohl hier nichts ist Schaubel enthält das war ein Schritt ich hab mich wirklich Oh mit allen möglichen Sachen willst du noch mit kommentieren oder nicht nicht ja okay nee ich frage nur na okay ähm also wir sind hier was ist denn hier los hier ist die Map richtig abgeschnitten okay okay und ich glaube das ist so gemacht mit Wörterditt ich denke schon komm nicht ab jetzt hier ist richtig ich fahrt im Mix zieht gerne mit Spietig und es hat sich um gespackt 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 ihr könnt ja mal mitzählen wie viel tun ich insgesamt schon gefunden habe ach da ist noch ein Gewicht mit das ist die ganze Worte Frank was was da alles drinnen ist das ist nicht mehr schön alles ich hab vorhin auch ne Kiste gefunden aber eine ganze Rüstung bis auf das Oberteil drin ne ne aber da war die oberste und die zweite Reihe fast voll mit Lederrüstung oder war sie das? he he richtig geil machen wir ein Interview aha was meinst du ich stell' Fragen du antwortest ja kannst du gern machen naja wir hören uns genau richtig komisch an oh dead cock haha was? da heißt einer dead cock ja ich hab's garst gelesen toter Schwanz ne ah ok was willst du wissen? mach machst du heute heuer ein Silvester Special? eventuell ich weiß es noch nicht aber ich weiß auch nicht was ja doch 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 das ja können wir zusammen machen ist mir egal ja darüber haben wir heute gesprochen ja können wir machen es ist es ist ja auch bald Silvester um genau zu sein Lager ja ich weiß es leben noch fünf bei dir ja das bin ich und irgendwelche anderen Typen snorke LP ähm bof 1 2 8 da wird die 29 ok black nein snorke LP ist gestorben ja snorke und black win Dex haha alter wir sind richtig gut wir sind unter den top 24 leute sind schon gestorben alter ich hoffe ich werde doch so jetzt wäre es aber eigentlich mal richtig gut wenn wir Pfeile finden könnten ja verdammte scheiße alter du bist gerade richtig leise nehm haha was hast du gemacht? ich habe meinen Kopf um fünf Zentimeter auf die Seite gedreht geil nein nein ich war nur 15 oder so einfach um 15 zu drehen ok bereitet eins fängt gerade neu an so ok das ist nicht mehr normal das war gerade in 30 Minuten wohl da schreiben sie alle Arena 13 Spuren er ist schreibt Black Windex ach so ja wir sind ja in Arena 3 ok sollen wir es riskieren wir haben Goldäpfel also ja what the fuck da war jetzt einfach mal in der Boden so ein Erdloch und da war Lava ich wäre fast hineingesprungen alter wie fail wäre das gewesen fuck ey scheiße ich bin immer noch auf der Hauptinsel also ich würde sagen wir begeben uns jetzt wirklich mal zum spawnen oder wow wow neben mir ist gerade der Blitz eingeschlagen schalalala 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 ich habe ein Haus gefunden ok ne ne äh ein Dorf um genau zu sein noch besser oh ja dann dann sehen wir uns da mal um vielleicht bekommen wir ja noch noch bessere Sachen wie jetzt oh mein Gott kann man hier irgendwie wenig machen weißt du was äh ja ja slash spectate kannst du machen da musst ähm denke ich jetzt mal äh slash spectate Arena 1 und dann und dann den Namen von mir oder oder ja versuch's mal oder fragen den Admin und funktioniert's nein ein Admin hat's vor allem in den Chat geschrieben wie das geht dann gibt's slash spectator für mich hinein und nennt sich ein alter was denn hier also da drüben ist ne ah da ist ne Treppe geil so rauf da rauf da und das ist hier jetzt und ein Baumhaus ah das ne ah ja toll da ist nix so die scheiße können wir auch mal wegräumen ok wie machen wir das jetzt am besten ohne Schaden zu bekommen ja ok ein Herz haben wir weg aber ist egal da war ne ne da war keiner drüber naja wir kacken jetzt mal auf das Tor und begeben uns zum spawn weil da wartet dieser Typ auf uns ja wenn du Pfeile hättest ja Pfeile ja Pfeile habe ich ja nicht deswegen habe ich ja vorher gesagt dass wir das ja vielleicht gibt es gar keine Pfeile dass die Boden so richtig schöne Einleger sind ne ne doch da gibt's Pfeile das weiß ich weil ich habe ja schon oft diese um alle gibt es gezockt und sie haben die um Scheiße aufhören ich gehe gerade wieder in die falsche Richtung ja toll Sporn Kampf ach so dass in HG 9 also Arena 9 nehmen wir nachher noch ein Teil auf und noch eine neue Runde ich weiß es nicht vielleicht ja mal schauen und es donnert noch weiter ich gehe mal in Spliff ok ja Spliff gibt es natürlich auch auf diesen Server aber wie bei jedem Hanger Games kommt auch der also die Server IP in den in die Server Beschreibung dass ihr auch mal darauf zocken könnt oh ja boah ich leben immer noch vier ja ich weiß die sind richtig hartnäckig alter ne ok wir gehen jetzt zum Sporn sonst wird das ja noch langweilig ja was heißt es wird es ist ja ja ok da ist der der Dschungel da müssen wir glaube ich hin halt nicht es wird Tag juhu haben wir ein ja wir haben ah gell geht doch ja aber hat sich nichts geändert bei was ja ich hab mein Kettenhelm gegen mein Goldhelm auf ausgetauscht und da hat sich auch nichts gerade sehr viel ich würde ein Kettenhelm nehmen du meinst du meinst Kettenhelm also Kettenhelm ja ich hab Helm verstanden ja weil diese Goldscheiße da wird es sowieso so früh hin ich kletter gerade in den Berg hoch ich hoffe dass es mal ein bisschen Action kommt hui ich bring runter dann kommt Action ich sehe den Sporn gut oh da ist nur noch verdammt wie machen wir das jetzt okay ich hab schon eine kleine Idee wir beobachten jetzt mal diesen Typen wo der ist oder was der macht oder ist da ist er ja okay das müssen wir uns anschleichen und dann würde ich sagen wir machen epic oh ja wir haben noch einen getötet zu machen echt wenn wir stehen im Chat nichts ich ich ach ja ich war gut zu oft nein hey du bist doch nicht nur mehr mit einem übrig und wir haben gewonnen ja und okay das was für diesen Part oh geil ja ich hab ja eine Games gewonnen oh finde ich richtig geil ja Mati du musst ja wieder gleich am Anfang abkacken nee ey wir sind ja Top 5 haha nee Scherz ja okay dann würde ich sagen wir beenden hier diesen Part und sagen bis zum nächsten Mal tschüss oh